Das nächste Apple-Event rückt immer näher und dementsprechend häufen sich auch die Gerüchte und Leaks über das kommende iPhone 13 und die Apple Watch Series 7, welche vermutlich Mitte September vorgestellt werden. Und obwohl ich schon zu beiden Produkten vor kurzem ein ausführliches Video über alle Leaks, die damals bekannt waren, gemacht habe, gab es in der letzten Woche doch einige neue Leaks und Gerüchte, die ich so interessant finde, dass ich sie in diesem Video mit euch teilen mag. Bleibt also unbedingt dran! Anfangen möchte ich mit dem iPhone 13 und es scheint festzustehen, dass das iPhone 13 wirklich iPhone 13 heißen wird, denn es ist die Aufrisslasche von einer Verpackung von einem iPhone 13 aufgetaucht, die ganz klar verlauten lässt, dass es eben iPhone 13 heißt. Und ich persönlich finde das etwas merkwürdig. Ich hätte eher erwartet, dass das iPhone 12 S heißt oder Apple die iPhone 13 Serie irgendwie anders übergeht, weil die 13 Jahre in verschiedenen Kulturen eine Unglückszahl ist. Aber wie es aussieht, sollte das Bild nicht gefälscht sein, dann würde das iPhone 13 iPhone 13 heißen. Und eine Sache ist ebenfalls noch bekannt. Vermutlich gibt es neue Face ID Sensoren. Face ID 2.0 oder mittlerweile eigentlich eher 3.0, denn mit dem iPhone 11 wurde Face ID ja schon einmal verbessert. Und wie es aussieht, sind aktuell Prototypen im Umlauf, die genügend Informationen sammeln sollen, dass die Face ID Sensoren im iPhone 13 dann auch funktionieren, wenn man eine Maske trägt oder auch wenn man zum Beispiel eine Brille trägt, die aktuell beschlagen ist. Dafür hat Apple iPhone 12 Modelle eben mit diesen Sensoren vom iPhone 13 ausgestattet und die Mitarbeiter wurden wohl angewiesen, die unter verschiedensten Bedingungen zu testen. Die also ohne Maske zum Beispiel ganz normal einzurichten, aber dann das iPhone zu entschweren, wenn man eine Maske trägt oder so eine Brille trägt. Und das scheint anscheinend ganz gut zu funktionieren. Und wie es aussieht, werden diese Sensoren dann wirklich schon im iPhone 13 verbaut sein. Und aktuell sammelt Apple damit eigentlich nur die Informationen, die sie brauchen, damit das Ganze am Ende auch wirklich gut und zuverlässig funktioniert. John Prosser hat dazu anscheinend einige Meldungen bekommen und wie ihr es hier gerade seht, so werden dann vermutlich auch die Sensoren im iPhone 13 verbaut sein. Es ist leider aber nicht alles Gold, was glänzt, denn es gibt auch eine schlechte Nachricht über das iPhone 13, denn es wird vermutlich teurer werden. Alle Modelle sollen letzten Endes vermutlich 50 Euro mehr kosten, da die Chip-Produktion wohl teurer geworden ist und Apple das versucht damit auszugleichen. Aber ich persönlich muss sagen, die iPhones sind ja so oder so schon ziemlich teuer und jetzt nochmal 50 Euro mehr. Ich weiß ja nicht, aber ich weiß natürlich am Ende auch nicht, was die iPhone-Modelle alles genau können werden. Vielleicht gleicht Apple das ja auch an anderer Stelle aus, weil sie halt wirklich sehr, sehr gut an mancher Stelle sein werden. Aber 50 Euro mehr sind halt letzten Endes auch immer erstmal 50 Euro mehr. Kommen wir zuletzt noch zu einem sehr, sehr interessanten Leak zur Apple Watch Series 7, denn diese soll größer werden. Das gab es ja schon mal, als es vorher von den 38 und 42 Millimeter Modellen bei der Apple Watch Series 3 zum 4er Modell dann auf 40 und 44 Millimeter gewechselt sind. Nun sollen wir von 40 und 44 Millimeter zu 41 und 45 Millimeter Gehäusegröße wechseln. So sind zum Beispiel verschiedene Armbänder geleakt werden, wo diese Größen aufgedruckt waren und das kumuliert auch mit den Gerüchten dazu, dass der Akku ja größer und ausdauerwerdender soll. Ich persönlich finde das ziemlich interessant, denn einerseits ein größeres Gehäuse in Verbindung noch mit dünneren Displayrändern sollte bei beiden Modellen auf jeden Fall für ein sichtbar größeres Display sorgen und dazu noch eine bessere Akkulaufzeit. Klingt in meinen Augen ziemlich gut, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das am Ende wird. So Leute, das waren sie also. Die Gerüchte, die jetzt in den letzten Tagen noch aufgetreten sind. Ich persönlich bin sehr gehypt auf das kommende Apple Event und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, was das Ganze angeht, dann lasst jetzt am besten ein Like, ein Abo da und dann sehen wir uns wie immer im nächsten Video.